Hallo, mein Name ist Ilse Darewski. Mein Mann Harold und ich haben gerade eine Wohnung gekauft durch Spain Homes. Wir waren vorher bei einigen Maklern, die uns alle sehr enttäuscht haben. Zufälligerweise sind wir durch die Tür von Spain Homes gegangen und man hat uns sofort verstanden. Wir haben sehr schnell Wohnungen zum Anschauen bekommen und haben auch die erste Wohnung, die wir uns am ersten Besuchstag angeschaut haben, dann auch gekauft. Wir sind sehr zufrieden mit dem Service, den wir hatten und würden Spain Homes jederzeit ohne Bedenken weiterempfehlen. Vielen Dank, Marcelo. Vielen Dank.